Nein, leider nicht. Richtig, richtig, richtig. Das ist voll schön. F.M. Ja, Typ Flugdrache. Ja, ihr habt es richtig gehört. Flugdrache, nicht Drache Flug. Ja. Musik ich hier rein. Mermaid mit seiner Teufelstimme. Musik 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 Sind wir da? Triff Konfusion ein. Du hast ja noch keine Psychokinesen. Du hast spätestens in der älter Foundation Krieger das als TM. Also, los! Zumindest die Sonne und Bruder, weil ich glaube an die TNs haben sich ja alles geändert. Zumindest sind es immer noch die selben TNs als die Sonne und Mond, weil ich mega leid finde, aber hey. Na und, aber man hätte es die Füße nicht mehr geben können. Ja, hier sieht man es. SimSala ist halt einfach overpowered. Süßstrahl. Das wär nice. Weißt du was? Süß aussitzt. Jesse Level 18. Nice. Gewalter Level 20. Ich glaube aber nein. Du hast doch kein Kripper, der ein Gewalter. Warum was eigentlich Gewalter? Ich hab keine Ahnung. Ich meine nicht. Ich glaube im Englischen würde er Lucha heißen. Hau Lucha. Aber ja trotzdem. Ja, kann ich bitte schnell? Ja wisst ihr was? Wir werden hier an der Stelle wenden. Ich hab keine Ahnung. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich hab keine Ahnung. Dann habe ich einen Kripper an. Und du komisch nernst doch nicht alter. Nee, die sind jetzt heftig. Ich wusste dich meiner. Habe ich geschrieben den Sonnenblut. Ja, du hab ich geschrieben. Ok, wieder Hala, noch mal meine Sorgenkind. Ich weiß halt ob die Rotungskraft jetzt weg ist. Ich wollte sie eh nicht. Was soll ich bei mich klackieren also? Na 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 na, wer sagt ihr dass wir hier kämpfen? Hey Alter, das soll ich jetzt auch liegen. Ich würde ständig so gestachen wie die. Nein, das wird's. Einfach nur nein. Ja, du bist der Trainer, das wissen wir alle. Das ist jetzt nicht das erste Mal wo du das sagst. Und das ist die ganze Zeit. Ja, Flug oder Psycho? Weißt du was? Ich hab beides. Und ich hab auch noch Fee. Ja, nächster Bart Leute. Kampf gegen Hala. Also dann nach wieder einschalten, wenn es wieder als Guckmann-Ultramund-Nast-Upschelchen. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann, schau euer Firmas FK. Tschüss.